Die Technikern mit Sebastian ist mit dem Gordon-Franches Hi, wir sind wieder angekommen. Erster Tag Minitour mit der Happy, jetzt mit dem Morpheum in Graz. Wir laden gleich aus und werden einen Soundcheck haben. Das ist circa eine halbe Stunde. Wir sind frohe Mutters und machen unseren neuen Techniker, wie Sebastian ist mit dem Gordon-Franches. Du bist Leitmischer. Ja, normal Mischi, Lefer-Pubicom, Lefer-Pubicom. Eher Karten machen so. Was machst du da? Machst du einfach lauter und leiser. Genau, lauter und leiser. Und den Haar halt reinfahren. Wenn man so ein Kabel vom Bus kriegt, dann hat man es geschafft. Mir ist es richtig beschlissen. Ein Teissiger ist richtig beschlissen. Das ist der Rös. Ich fühle mich mal. Ich halte es nicht mehr aus. Ich fühle mich. 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 Das heißt, es kann sein, dass wir heute Probleme kriegen. Zehn Minuten. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Wenn, wenn ich es bin Reidik clearerúnem kann. Ich fühle mich. Und dann, wenn du colocast, ich spiel mir meinen Realität. Ich bekomme dirругelme, Ich gebe dir- Ich geh mir für nehmen. Ich als welches ich bin. Ich zerbreite sich anspruchsantine. Oh weiss. Wir sind jetzt gerade nach der Show, wie fühlt ihr? Wew... Daures! Wir trünen jetzt da ein wenig im Wechselraum Nein, Taurus So im Morphéon Wir haben sogar ein Piano Und unser Schreien der natürlich in Friedenbaden Und kommen wir jetzt einmal von dem besten Glitz, den wir gehabt haben Taurus Taurus Schauen wir noch kurz in die Augen Wie das so ist mit dem Essen und so Das Traurige ist einfach Das Traurige ist einfach was Österreich ist 3.0 Österreich ist 3.0 Österreich ist 3.0 hinten Das war quasi ein Lungenbaden Schönes Wohlen aber hinten zu holen Das ist eine Suppe eigentlich Von Thünerbrust, die leider nicht mehr da ist Vegetable Suppe Wir werden uns jetzt in einem Taurus begeben Das ist ein Taurus beim Gefängnisaufschirm Das ist ein Taurus beim Gefängnisaufschirm Das ist ein Taurus, weil wir ihn gerade schon rauskommen haben Schluss ähnlich Werden wir jetzt einbock Ins fette Kultus Schauen wir an Und was dann mal ruht Das ist ein Taurus Das ist ein Taurus Das ist ein Taurus Und wir fahren offenbar um Und sorgen, dass wir so wie auch noch bleiben Wir sind jetzt Es ist 12 Uhr Und die Bohrung beginnt gesagt, um 12.3 Uhr Wartezeit in Österreich. Bis dahin werden wir... ...Fußball spielen. Slow down, slow down. Hey yo, what's up? This is Matt from Centaur Radio in Vienna in der Szene. Und sind gerade beim Soundcheck. Ja, wie ist das so? Normalerweise macht das der Gitarrentechniker von uns. Aber den kann ich leider nicht. Oder so irgendwo. Mhm. Und polieren. Und streichern. Stief. Man riecht jetzt super auf die Drohne. Ein bisschen schwul, aber... Aber du machst das ganz gut. Ja. Ich glaube, der Erwin sauft. Ja, ich glaube ja. Du, ich habe mich nicht umgehört, du saust. Ja, ich trinke nicht gern. Und wie bist du... Wie ist das gekommen? Ja, das war ganz gut angefangen. Und das war ganz gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Jetzt bin ich gut. Ich bin gut. Was kommst du? Bis zum nächsten Mal.